Wenn auf deutschen Babys schon die Profitmarsch steht und die Welt statt um die Achse sich um Börsenkurse dreht, wenn mit dem Eiffelturm man nach dem letzten Erdöl bohrt und Trinkwasser schon gelb ist und im Bauch rumbohrt, dann ist alles längst zu spät, freie Handel ist konkret. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Wenn das neue Klon wie Atomwild strahlt und man mit Frecking grad nen Kontinen zermalt, wenn noch ein Konzern dir droht mit Zahlungsfrist, weil du nicht Profit magst, sei du Rentner bist, dann ist alles längst zu spät, freie Handel ist konkret. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Wenn man das Grundgesetz gentechnisch trafiert und es zur Glücksspielordnung endlich montiert und wenn du selbst am Ende abgeschoben bist, weil du nur Mensch sein darfst, wenn du Unmensch bist, dann ist alles längst zu spät, freie Handel ist konkret. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Besuchen Sie Europa, bevor es untergeht. Es geht schnell. Sehr schön.